Hallo Leute, ja, ich hab jetzt Untamo, den Feuerdrachen, so einen Wald Untamo gemacht. Also gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Ach scheiße, er macht wieder seine Explosionsattacken, das muss ich jetzt ausnutzen. So. Okay, das zieht ein bisschen mehr ab als davor. Aber wie viel muss ich denn dann machen? Warte mal, hat er seine Explosionsattacken wieder? Nein, er rast jetzt wieder aus. Okay. Hat er Lava? Nein. Okay, so. Vollid in Engel getrieben. So. Was? Du Drecksteil, fick dich ins Knie. Egal, er ist jetzt ein Feuerdrache. Komm, ich muss mein Leben auffallen. Objekte. Kuchen. Und nochmal Kuchen. Wie man im... Ach, das ist so ein... Okay. Komm, raste wieder aus. So. 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 Ich dachte, man kann ihn dann aus dem Gleichgewicht bringen, hab ich gedacht. Hä? Dein scheiß Hinterpfoten nervenvoll. So, so. So, 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 so. 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 Warte, habt ihr eine Idee? Vielleicht funktioniert sie ja bei ihm. Nein, nicht das da. Kann ich ihn hochheben? Nein, geht nicht. Ich dachte schon, dass es funktioniert. Okay. Ach, verdammt. Okay. Weiter, Untermo. Fick dich ins Knie, Untermo. Okay. 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 Ich dachte, der fällt jetzt aus dem Gleichgewicht. Ich will mal einmal wissen, wie viel Leben der hat. Da könnte ich auch irgendwas planen. Wenn ich nicht weiß, wie viel er hat, dann kann ich einfach so ganz alt angreifen. Warte mal. Ich versuche mal was. Hammer. Vielleicht hilft das eher auch. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Waffen. Muss ich da vielleicht eine Bombe reinwerfen? Karte. Mal alles ausprobieren in diesem Video. Ah, das hilft. Komm. Das ist viel effektiver als die normalen. Komm. Komm. So kann ich am besten arbeiten. Ähm. Hä? Achso. Ich habe mir vorhin von meiner eigenen Bombe getroffen. Ah, verdammt. Okay. Ich glaube, ich arbeite jetzt mit einer Bombe. Das ist am besten. Aber ich darf nicht so dämlich sein und mich treffen lassen. Von meiner eigenen Bombe. Kommst du her? Ja. 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 super ok, es tut mir leid, dass ich nicht so viel sage ich muss mich nur gerade konzentrieren wann ist der verdammte Bastard tot? ok, ich bleib einfach hier ich muss aufpassen, dass keine Bombe mich trifft ok, super super so boah komm schon stirbst du endlich, verdammt warte ist er gerade umgekippt? doch, gerade ok, so warte, ich hab doch noch genügend um meinen, äh, Kuchen ok kleine Absicherung muss sein ok, komm komm jetzt muss die ganze Zeit gut kämpfen kaltisangst meinte, der Kampf ist leicht, aber vielleicht hat er irgendwas anderes gemacht als ich, aber ich mach mal den Trick hier vielleicht hat er diesen Trick auch gemacht, keine Ahnung, gucken wir mal ich frag ihn mal später, wie er diesen Drachen besiegt hat vielleicht schreibt ihr auch zu den Comments, also zu diesem Video das dann ok mal schön verarschen mal schön verarschen scheiße scheiße so komm wann ist der verdammte Buster tot? erst mal muss er bald tot sein, oder nicht? genau auf mich, oder was? ah, tot ja ja boah, ich dachte schon, er hat mich getötet boah, getöt äh, Bronze ja, ok, das geht ja wenigstens irgendein Siegel als kein Siegel also gewinnen, meine ich eine Folge zu einer neuen Welt all die Klänge des Lebens ach, später gehen wir weiter? ja ok, das haben wir jetzt auch geschafft super in diesem Video noch super und das Rempo jetzt haben wir alle befreit super tata Rempo ist wieder voll da roxers, ich wusste, dass du es schaffst hehe, danke damit wären wir alle vier hier auf eine gute Zusammenarbeit nun denn, lass uns den Vulkan verlassen Kapitel F Dämonenfürst ok ja, kommt jetzt auch noch ein Text ja, es kommt ein Feuer der Vernichtung wird sich ausbreiten und bei Tagesanbruch wird ein leuchtender Stern auf die Erde stürzen den Himmel zerspittern und das Land zu kochen bringen hm, also damit meint ein Meteoriten aha äh, und das ist meins und ich kriege mehr Leben ok, ich geh einmal raus da kommt bestimmt irgendeine Cutscene oder so ja, ich wusste es oh, Film Sequenz ach du Scheiße ey, nein übertreibt es nicht nein ey, das ist ernst ach du Scheiße ey, nein nicht auf die armen Leute ey, jetzt wurde die Stadt noch mehr zerstört bestimmt sagen die ich war das was ist das denn die Stadt die Stadt Oh, well, sounds like fun! The time is near. Before we can create the new world together, there is one last thing we must do. The final hurdle that we must face is utterly defeating Clairebo. Clairebo wants to use the Book of Prophecy to destroy this world and create a new one. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Mal.